Hallo, hier ist der Martin von Man and Monkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Freitag, den 10.07.2020 und ja, unser DAX wird langsam ein bisschen schwieriger zu durchschauen, aber ich finde, das hat er gut gemacht. Also zum Donnerstag, wenn wir nochmal schauen, was unsere Erwartung war, wie gemalt halt, ne, also haben gesagt, bestimmt ein Aufwärtsgap, weil eben so viele hier Short rein sind und ohne Stopp und so, und dann spielt der DAX immer gerne raus, sollte hier oben bis 27, 57 vielleicht sogar, vielleicht sogar auch ein bisschen höher, aber es war keine Pflicht, keine Kür, hat er so auch dann gemacht, 7,10, war sogar zweimal hier, ne, der war in der Nacht auch hier oben, ist dann hier, weiß gar nicht, was hat man am Hoch, 7,12 oder sowas, ne. Das passt vollkommen, 7,11 da oben hoch, haben dann auch bei uns nochmal rumgeschickt, ne, na, das ist so eine schöne rote Stundenkerze dann jetzt wäre und er dann nochmal das versuchen könnte, unsere Donnerstagsregel voll zu machen, die hatte ja noch unten einen Punkt bei 500, hat er dann auch noch geholt, also insofern eigentlich ein gelungener Tag. Ähm, unten Short Trigger, Sie sehen das, er war dran, er hat schon mal vorgefühlt, er ist aber noch nicht durch, so, und, ähm, da muss ich schon sagen, ähm, wenn Sie das Video von gestern nochmal anhören, was, äh, gerade so 8 Minute 20, ich hab, weiß es jetzt gerade ganz genau, weil jemand nachgefragt hatte, 8 Minute 20 bis Minute 8,56 haben wir gesagt, wenn der Dachs zum Donnerstag hier oben so einen Bogen schlagen sollte und dann zum Tagesende etwa hier bei 5,60 rumstehen sollte, wäre das eigentlich technisch betrachtet die ideale Voraussetzung, um zum Freitag sich ein bisschen vorzubereiten, um dann hinten raus wegzukippen und zwar sogar bis in den Bereich um 12,200 nochmal raus. Das heißt, wir nehmen jetzt den Short Trigger hier mit, der ist wichtig, der bleibt wichtig und wenn der Dachs da jetzt runterkehren sollte zum Freitag, idealerweise Nachmittag, Vormittag, also Dachs ist effektiver, wenn er Nachmittag nach unten treibt, ähm, also wenn die Amerikaner Schwäche zeigen, ist für den Freitag immer besser. Wenn die am Vormittag schon viel Schwäche zeigen im Dachs, also wirklich, wirklich signal, signalwirksame Schwäche, damit meine ich, dass er am Vormittag schon unter 500 wäre, ist immer so eine Sache, das zerren die Amerikaner meistens dann einfach wieder hoch halt, ne, und dann treiben die den bis in die letzte Feierabendminute, treiben die den nach oben raus und dann kann es durchaus passieren, dass er dann oberhalb von 640, 650, 670 dann rausgeht, ne, also deswegen sollten die, äh, sollte man ein bisschen die Füße flach halten oder sollten die Europäer vielleicht am Vormittag die Füße flach halten, das hätte, dann hätte der Dachs bessere Karten. Letztendlich kann immer alles passieren, Sie kennen das, Sie wissen das, ähm, was wir machen ist ja nur zu sagen, okay, üblicherweise passiert das, dann passiert das, dann passiert das. Das heißt, wir stellen Szenarien, die unser Dachs einfach gerne macht, gegenüber, prognostizieren die in die, äh, Zukunft hinein, um dann letztendlich eine Prognose aufzustellen, wie hier oben mit dem Pfeil, ist ja nichts anderes, ne, sagen einfach, okay, hier ist jetzt was auffällig gewesen, hat hier die Leute, ähm, hier unten Short reingeloggt, hat die dann dazu überredet gekriegt, dass sie mehr Risiko gehen wollen, das treibt er normalerweise raus, deswegen sollte dann über das Hoch drüber, einmal drüber stechen, ähm, hier eben rein und wieder zurück und gucken sie, was er gemacht hat. Das ist auch nur sowas, aber das muss nicht passieren, hätte er ja auch hier oben weiter durchdrehen können, ähm, was anderes machen können und so weiter und so fort. Das muss man ein bisschen im Hinterkopf halten, das sind keine Hellseher, auch wenn das hier schon, äh, schon, schon dicht dran war, ne, so. Okay, also sollte der hier drunter tauchen, unter die 500, bitte, also wirklich, für mich wäre es lieber, wenn er es zum Nachmittag macht, dann kann er den ganzen Vormittag nur rumeiern, ich fände es gut, wenn er dann erst zum Nachmittag abschmiert, wenn er den abschmiert, also, weil dann hätte er wirklich bessere Karten halt, ne, der muss auch gar nicht so lange warten, ich sag mal 12, 30, 13, 30, das reicht durchaus aus, wenn er bis dahin wartet und dann anfängt runter zu segeln und dann kann er wirklich hier rund auf die 3,30, wahrscheinlich sogar durch diese Pullbackzone durch, das ist aber eine wichtige Pullbackzone, das wird man hinten raus dann merken, das heißt, er wird sich den, den, den Sog dann einfach nochmal nach hinten holen, ähm, wird dann von unten nochmal an diese drei Tiefs hier dran stechen und dann Abflug machen, Richtung, ähm, 1,50, ne, Ziel 200, 1,50, das wäre auf der Unterseite so wichtig, muss auch sagen, Nervosität hat ein bisschen zugenommen, ne, ist ein bisschen unruhiger geworden unser Dax, hat man auch zum Abend jetzt hier gemerkt, na, Mist, ich habe mir wieder eine Linie gelöscht, die ich nicht löschen wollte, ich muss sie kurz pausieren, die, boah, das muss alles seine Richtigkeit hier haben, und das ist nicht gut, wenn hier Linien verschwinden, das wird nicht gut, ich bin gleich wieder da, so, und da sehen wir auch den Übeltäter, die 12,2,70, es ist die Fail, 12,2,70,6, also, wo war ich gerade stehen geblieben, der Dax sollte, ähm, ist deutlich volatiler geworden, VDAX hat ein bisschen angezogen, ähm, das heißt, hier kommen jetzt wieder Absicherungsgeschäfte rein, und deswegen sollte man, ja, muss man ein bisschen gucken, wie er notiert, also, wenn er Schwäche zeigt, hat er eigentlich ganz gute Karten jetzt auch nach dem Donnerstag, ich meine, überlegen Sie, wie wir reingekommen sind in die Woche halt, ne, wir haben ein gigantisches Aufwärtsgap bekommen, ein richtig schönes, ne, also auch eine SAP, wenn sie das gesehen haben, was die für ein Aufwärtsgap gemacht hat heute, Wahnsinn, also, das ist, das ist eigentlich ein starkes Zeichen, das ist ja eine Trendbestätigung, das ist eine, das ist eine Stärke, und wenn, da haben wir schon gesagt, dass das komisch ist, ist, wenn er das einfach so nicht bestätigt im regulären Handel halt, ne, wenn die ganze Zeit nur nach unten eiert, und es kommt ihm jetzt schon doch teurer zu stehen, also, es ist halt nicht einfach nur ein Gap zu und wieder hoch geworden, sondern der hackt schon deutlich tiefer, jetzt haben wir hier sogar noch ein tieferes Tief als hier, ähm, mh, na, also, wenn er jetzt anfängt zu rutschen, dann kann das durchaus passen, und es würde auch auf das passen, was wir gestern beschrieben haben, hier ein bisschen zur Seite, und dann hinten raus eben abkippen in den Montag hinein, so, das wäre unterseitig wichtig, oben, können wir einen Trigger auf der 12800 lassen, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich will den DAX hier nicht großartig rumkurven sehen oben, das wäre, das würde nicht passen, also, wenn der jetzt anfängt über 640, sag mal, über 670 rumzuhampeln, meine Erwartung würde jetzt schon nach unten gehen, ne, das heißt, in dem Falle würde ich jetzt schon sagen, alles, was hier drüber geht, das ist dann schon long, weil, das ist ja technisch, technisch würde er sich dann quasi in einen Bruch der Bewegung dort stellen, und er hätte das, glaube ich, er hätte einfach bessere Karten oben raus, weil weniger Leute long mitgehen halt, ne, die würden eher jetzt, ist meistens ja so, die, die, äh, sympathisieren viel mehr mit dem Short dann, die Leute, und deswegen würde ich das schon so mitgehen, also, würde hier den Sack relativ eng spannen, und wenn der, oder das Netz relativ eng spannen, und wenn der mir hier über die 640, 660 drüber geht, wäre für mich, ne, wäre für mich nicht nur 750 dann, eher 790, 800 wären dann erreichbar, ja, wenn der da drüber geht, ansonsten, hier kann er noch ein bisschen rumhambeln, ein bisschen zur Seite schieben, und alles, was so unter 500 geht, ähm, unter 500, und unter 500 geht, unter 594, dann schon eher, ähm, ja, mit Risiko. Passen Sie auf, wenn er es zu zeitig schon macht, ne, also, wenn er sich zu früh schon verausgabt, schon 8 Uhr, 9 Uhr zu viel macht, ähm, und er dreht dann so grün auf, so sehen halt häufig Freitage aus, die am Tageshoch enden, und das ist halt wirklich so, ähm, das wird für ihn dann schwierig, der kann sich natürlich trotzdem unten durchschwühlen, ne, das gilt immer, es kann immer alles passieren, aber Freitage, die bis zum Tagesende hochlaufen, die starten immer tief runter, ne, also, das sind, die, die machen 8 Uhr, 8 Uhr rote Kerzen, 9 Uhr rote Kerzen, drehen dann schon richtig, dann haben die meist schon lange doch auf der 9 Uhr Kerze, und dann fangen die 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr anzudrücken, und dann platzen die richtig 14, 30, 15, 30 raus, also, zum Beispiel, das wäre ein typischer Freitag, ne, der Dachs hier runter, nochmal ein Tief, vielleicht 4,50 oder was, 4,35, 8, 9 Uhr schon, weil er einen Abwärtsgap bringt, dann wird er 9 Uhr schon wieder hoch ranziehen, 10, 11, 12, 13, bis 13, 30, sich hier an die 600 geschoben kriegen, und dann springt der richtig raus, 14, 30, 15, 30, ne, und dann kleckert er sich, wenn er dann gesprungen ist, einfach am restlichen Tag noch hoch, also, das wäre ein typischer Freitag, aber, typisch Freitag wäre auch, wenn er zum Früh sich eben nicht verausgabt, hier ein bisschen rumhampelt, und dann 14, 30, 13, 30 anfängt wegzubröckeln, und dann, ähm, wegrutscht, das wäre auch sehr typisch, und, ähm, mir sogar in dem Sinne noch lieber, aber, wir haben es auch vorhin schon im Dienstrum geschrieben, der Dachs muss liefern, muss Beweise bringen, denn, äh, nicht gut aussehen, das hat er die letzten Wochen immer wieder gezeigt, und er steht trotzdem recht hoch halt, ne, also, das sah auch hier schon schlecht aus, das sah hier schon schlecht aus, das sah hier schlecht aus, hier, und ist immer wieder hochgekommen, deswegen, äh, wäre es für mich jetzt nichts, wo ich sagen würde, früh direkt gleich Short rein, na, da wäre ich nicht so, ich würde, den würde ich mir erstmal angucken wollen, ne, Freitage sind ja oft auch ein bisschen, bisschen gemeino, ja, gut, okay, also das soweit dazu, damit sind die Kanten eigentlich, könnt ihr sich hier sogar im Chart an den Bändern orientieren, das passt sogar, eigentlich ganz gut dazu, ne, geht er raus, dann, na, die gute Karten, können auch kurz in den Tagesschart gucken, aber, ja, das ist so, hm, wir stehen immer noch über dem Long-Trigger, das heißt, der Tagesschart gibt uns sogar einen Freiraum nach oben, Tagesschluss, am Tagesvortag, lange, 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 Lunte, also das gibt schon eher mehr Gas nach oben, das wird interessant zum Freitag, ne, ist vielleicht seitwärts zu Beginn gar nicht so auszuschließen, ne, wenn der Tag in die eine Richtung zeigt, die Stunde in die andere Richtung, dann könnte vielleicht seitwärts kommen und dann lösen die Amerikaner zum Nachmittag auf, wenn gar keiner mehr mit Bewegung rechnet, weil alle gelangweilt vom Vormittag sind, das könnte ich mir, das wäre eigentlich schön, ne, gut, okay, damit können wir hier schon einen Haken dran machen, können das schon zumachen, mehr Worte brauchen wir hier nicht verlieren, ne, ich, aus dem Grund, was wir Donnerstag gesagt haben, gestrige Video, 8 Uhr, 8 Minuten, 20 Sekunden bis 8 Minuten oder bis knapp 9 Minuten, würde ich schon das untere favorisieren, aber ich will ihn echt, ich will sehen, dass der das bestätigt, das muss passen, der hat schon so viele schöne Situationen einfach nicht wahrnehmen können, den ist immer wieder nach oben gezogen, die letzten Tage und letzte Wochen, ich will einfach von dem auch ein bisschen Bestätigung haben, ein bisschen Vorkasse einfach halt, ne, eine kleine Anzahlung muss er geben, damit er den Rest kriegt, ähm, ja, okay, viel Erfolg, allen anderen, die wir nicht nochmal hören und sehen, schon mal ein schönes Wochenende und dann hören wir uns am Sonntag wieder, bis dahin, tschööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö